42 den hätten wir mal auf den glücksding 43 haben wir hier okay dann den auch weg den schmeißen wir auch weg dann haben wir doch deutlich besseres das hier brauchen wir nicht mehr signalhorn zeichen die überlegenheit das brauchen wir das brauchen das brauchen wir sowieso jetzt gerade dass da können wir auch wegschmeißen menschenfüße die hätten abgeben können bei irgendeinem dieser dracanoiden bekommt man dann so komische zeichen mit dem das ding da sammelt das sammeln ich ja nicht insofern bedienungsanleitung für die ewige zeitmaschine weg machen wir auch nicht dann ist das inventar da schon mal ein ganzes stück leerer jetzt wenn du mich angreifst und du greifst mich an ich sehe es doch schon oder auch nicht okay dann merkt mich bin der mann ich habe es nicht gefühlt frau hätte es jetzt schon gespürt er hat sofort gesagt na der greift mich überhaupt nicht an so 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 gut dann hätten wir das einmal abgeben eine unheimlich spannende quest es ist halt wirklich vor allem vier mal wenn es wenigstens jeden tag was anders wäre aber so eine kleine steigerung am ersten tag vielleicht einfach zehn dämonen töten oder zehn schatten erst einmal und dann mit den dämonen weitermachen oder erst einmal zehn von irgendwas davon und dann naja immer so weiter irgendwie so was das wäre dann schon witzig gewesen witzig ist es in keinem fall aber wenigstens halbwegs abwechslungsreich wäre es gewesen hätte mann hätte mann hat bestimmt irgendwas zu bedeuten und ich habe keinen plan was es bedeutet hmm es gibt ein paar teile an einer geschrieben dass er es total blöd findet dass leute extra schnell hochleveln hauptsache kommen hexenkennen ob er damit nicht gemeint hat wenn ja dann seid ihr versichert ich habe nicht extra schnell hochgelevelt um in hexenkessel nur zu kommen sondern natürlich um dann in den hexenkessel mit equipped zu kommen dass es jetzt überhaupt nicht so geklappt hat ja das ist halt ein pech aber ich sehe meinen fehler ja insofern habe ich das jetzt abgegeben überhaupt 222 ok also einmal in die offenbarung blablabla gleich rostrotes moor die quest habe ich nämlich schon angenommen nachdem ich es abgegeben hatte die gab es beim meister oben in der zitadelle drin und er schickt mich jetzt zu den wurm gesichtern und dann gehen wir doch da gleich hin machen wir doch nicht lange rum so und ab hier kenne ich die quest nicht wirklich ich habe sie zwar mit meinem psioniker einmal kürzer wenn gemacht bis zur nächsten insel aber exakt gemerkt was ich da gemacht habe oder also kein plan mehr überhaupt keine ahnung so graue zellen geschafft das gehirn eines wörm gesichts das machen natürlich ja drei inschriften im stein wo drüben wird mir das angezeigt also gut das war die erste wo ist die zweite da und da ok ja also die quest sind wie gesagt jetzt für mich mehr oder weniger unbekannt das heißt es kann ein wenig länger dauern dass ich mal was herausgefunden habe vielleicht muss ich auch mal was lesen zwischendurch nicht so wie vorher dass ich immer alle die also quest texte lese ich im normalfall eh nicht ja also wenn sie mir präsentiert werden mache ich das ich lese sie nur wenn ich nicht auf anhieb sehe was ich machen muss also hier da brauche ich jetzt einen quest texte zu lesen es kann dann jeder für sich konnte sie einmal selber dann machen wenn er daran interessiert ist oder muss halt schnell passieren wenn ich sie annehmen meine ganz fix ist kann es vielleicht weg in die hülle gefunden habe ich wir haben das gemacht da bin ich mal wieder stolz auf mich ich kann dinge obwohl ich sie eigentlich gar nicht gemacht habe keine ahnung warum ich kann jetzt anscheinend ob ich jetzt ein weg den habe ich jetzt irgendwie kunden ohne es zu wissen ja der server neustart vorhin ich weiß nicht warum er notwendig würde aber ich habe im wirtschaft gelesen gehabt dass die schiffe in november fest hingen und wenn das natürlich passiert ist es sehr sehr schlecht weil dann können viele nicht mehr weiter questen ja gemalt in die höhle nahe eke versteck spiel also sucht die draconien überreste ok machen wir das machen wir das etwas wird es dann langsam kritisch 47 wenn ich schon sehe vom equip her meine ich also noch einmal und kann ich das wieder bei dir abgeben ja wunderbar machen wir das auch ok irgendwas mit dem donner vernichten und dann signal abfeuern das wiederholbare gibt aber 13 gold ich nehme es einmal an vielleicht schaffen wir das ja irgendwie so wir in den questen na im inventar wollte ich aufrufen ok sende gerät für sagbar grubeln was haben wir da signal lambe ok seid ihr das wo ne was habe ich jetzt gemacht als habe ich dich da herkult und gesichts gehirn das war eine von euch und kann ich an euch hat das ding aus testen mit dem donnerstein also bleibt stehen ok andere gib mir dein gehirn achso mein der mensch auch da könnte ich einmal machen der elendige schleim der her wenn ich das so mache interessiert euch damit gar nicht ok ach ja da ist das gehirn dann kann ich mir jetzt den typen wieder herrufen machen wir das einmal zack oho es gibt hier bessere gekipp gegenstände endlich rügel in die gehirn heraus hütes ok anis hütes und da habe ich jetzt tolle neue schule oder die guck guck jetzt einfach gar nicht was das für Auswirkungen bei mir hat ist schon wurscht die 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 hier die 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 ich da was machen das eigentlich war zu tun noch was man jetzt gemacht okay gehen wir mal weiter aha wir sind doch jetzt bestimmt andere im gesicht sperr 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 portalhüter da ich brauche ich okay was muss ich damit machen ach so ein donnerschlag soll ich doch gegen euch ausprobieren und das einmal gut und das hüter gehören habe ich auch dann kann ich doch den typen mal gleich wieder herrufen das gehirn der ist schlechter wie das was ich habe sprich ich brauche die quest nicht dann lassen wir die okay irgendwie zu einer ausgrabungsstätte gehen und das da musste ich doch auch machen oder signal wie ich konnte es derzeit nicht tun wir waren denn dann wann denn dann wenn ich jetzt müssen musst du erst wieder verschwinden da oder was erwarten wir mal kurz also jetzt bist weg dann kann man sehr klar noch mal probieren kann ich nicht machen kann ich nicht machen also teleporte der wundgesicht dass ich benutzen wo ist denn der teleport da vorne vielleicht das ding da da habe ich doch was im inventar da da vorne okay machen wir das und du wärst der gewesen der sammung der 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 die ausgrabungsstätte und das ist allgemein Na gut, dann gehen wir dann über. Schauen wir mal, was du uns zu bieten hast. Schauen wir mal, was du uns zu bieten hast. Schauen wir mal, was du uns zu bieten hast. Auch nicht wirklich besser, brauche ich jetzt auch nicht, muss ich mir auch nicht extra holen. Also, ihr schafft 10 Hadekidin-Schalen und 15 Kiefer. Also gut, machen wir das. Von den Super-Gas da hinten, oder? Nicht von den kleinen. Ja, da leuchten sie schon. Ach, kommt dann immer ein paar mehr. Machen wir dann mit einem da rum. Ich hoffe zumindest, das packe ich. Naja, das dauert dann nicht allzu lang. Da steht, ah ja, da ist der Typ. Das wäre der Gruppen-Boss-Quest-Dings-Booms-Typ gewesen. Gut, das dauert dann. Das dauert dann noch ein wenig länger. Ich hätte jetzt gedacht, es geht schneller. War so vielversprechend, die erste Runde da. War so vielversprechend. 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 So, wo sind denn hier noch mehr? Das sind hier zu wenig. Da müssen mehr her. Eindeutig mehr. Need more zahnbewährte Gas. Na, schick doch mal dem das. Was wirklich? 15, ah nein, da brauche ich noch. Okay.